Der bekannte Europapolitiker Broek ist von der nordrhein-westfälischen CDU-Spitze nicht erneut für die Europawahl im Mai nominiert worden. Der Landesvorstand entschied, dass stattdessen der Landtagsabgeordnete Berger auf einen der als sicher geltenden Listenplätze kommen soll. Broek sitzt seit 1980 im Europaparlament und ist dessen dienstältester Abgeordneter. CDU-Landeschef Laschet hatte Broeks Kandidatur unterstützt, sich mit seinem Vorschlag aber nicht durchsetzen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017